Ja, und jetzt kommen wir noch zu einer fünften Sache, die Menschen mit Borderline schnell zur Explosion bringen kann. Und das ist, du, lieber Angehöriger, vernachlässigst deinen Borderline-Partner oder aber, du, lieber Angehöriger, erdrückst deinen Borderline-Partner. Beides kann zu einer extrem heftigen emotionalen Gegenreaktion, Abwehrreaktion des Menschen mit Borderline führen. Ich hasse dich, verlass mich nicht. Heiß-Kalt-Beziehungen. Komm her, geh weg, Beziehungen. Das sind alles solche Claims, die sind bekanntermaßen, ja, aus dem Borderline-Orbit. Menschen mit Borderline wünschen sich in aller Regel eine absolute Nähe und haben eine große Verlustangst. Auf der einen Seite können aber auch zu viel Nähe nicht gut ertragen, weil sie dann Angst haben, das mag sich für Außenstehende jetzt komisch anhören, irgendwie in einer Symbiose aufgefressen zu werden. Dass sie den eigenen Handlungsspielraum verlieren. Eventuell wurden sie auch von den eigenen Eltern schon immer überbehütet und erdrückt.